Wir fangen mal klein an hier. Eclipsed. Let's go. Nein, Spaß. Shake that booty. Oh, das kostet 400? Nee, das wollen wir nicht. Der erste hier unten von den neuen Monden. Alter, wir haben noch voll viel Geld und wir haben noch voll viel Stuff. Let's go. Ja, aber wir haben drei Tage. Also verkaufen wollen wir jetzt noch nicht. Ja, auf teureren Planeten gibt's ja auch mehr Loots. Ja. Äh. Was? Das sieht so gruselig aus, Schatz. Das sind natürlich verschiedene Strukturen, die da drauf spawnen können. Ja, aber ich konnte nicht sagen, dass ich da hin will. Okay. Ah, jetzt. Let's go. Was sieht's dumm aus? Seras, könntest du bitte einmal twerken? Bei mir sieht twerken gut aus. Ja, twerken sieht kacke aus. Wollen wir machen. Ist schon ein geiler Booty. Ja. Naja. Ich kann auch. Naja. Naja. Oha. Ich bin auch so dumm wie du. Ich hab auch mit. Den ist seine Kippe, ey. Okay. So. Im Schiff liegt überall noch Ausrüstung. Sammelt eure Taschenlampen und. Oh, kriegt man das jetzt nicht mehr per Schiff? Ja doch. Es liegt noch im Boden. Vom letzten Mal ausloggen. Ah. Wie war das nochmal? Walkie Talkie weggemacht. Alt. Hallo? Alt? Warte, ich kann dir eins hinlegen. Ich brauch keins unbedingt. Warte. Ich brauch auch nicht unbedingt. Hier. Licht auf dem Teppich. Licht eins. Dankeschön. Wie? Haben wir das Walkie Talkie nochmal angemacht? Ähm, warum ist hier Nacht? Weil auf dem Mond gibt es einen Lichtschalter, den müssen wir erst finden. Oh ja, klar. Lanns das jetzt? Ja. Das ist kein Witz. Wir müssen hier diesen Lampen mal folgen. Oder Parkuhr? Ah ne. Das war so eine Parkuhr. Hier hinten ist der Lichtschalter. Oh mein Gott, ich bin oben hier an. Oh mein Gott. Steck dein Kornhead im Boden. Lass mal hin und aussieht, weil du läufst. Drücken sie den Knopf. Was? Ich will scheuer von der Aussie. Das sieht bei dir auch nicht gut aus, weil sie sich voll sind. Wir haben Licht. Das heißt bei dir. Holla läuft komisch. Als würdest du auf dem Pferd sitzen. Seras, du läufst genauso. Nein. Bei mir sieht das gut aus. Ihr läuft alle, als ob ihr euch in die Hose geschissen habt. Das kommt. Okay, Goku. Wir kommen ja schon. Guck mal, hier hängt ein Kornhead im Boden. Oh, guten Tag. Der ist nur Deko. Schön. Sehr vielversprechend. Wie mache ich das jetzt nochmal mit dem Walkie Talkie? Ich hab's vergessen. Äh, X. Alt drücken, dann Q. Ja, alt und Q zum Anmachen und ich glaub X zum Reden. Ah. Ah. Ganz gut, dass wir den Notausgang als erstes gefunden haben. Ich dachte kurz, da steht ein Mods oder was sagt hier. Was ist hier? Ich hab meine Steuererklärung gefunden. Hier glüht's. Ja, hier sind so Feuerpartikel. Das kenn ich auch noch nicht. Ja. Wild. Guck mal, die Katze. Guck mal, wie sie heißt. Guck mal. Hanna, guck wie die Katze heißt. Wie seh ich das? Was? Rechtsklick, scan. Henry Harrison. Oh, Bruder von der Unterhobenzahn. Oh, ich bin weh. Kommt du nie. Da ist so ein Ordner drin, kannst du den nehmen. Wenn du den rausnimmst, vorhin immer garantiert zwei Monster. Äh. Wo? Ah, warte. Nee. Du musst die Katze ablegen. Oh, Mann. Ja, du kannst sie gleich wieder aufheben und den Ordner aufheben. Und dann die Katze. Ja. Komm, lass mal rausgehen. Die haben den Chor schon gezogen. Ja, die pimmelt. Wie nennst du hier pimmelt? Hanna hat Henry Henry-Song gefunden. Heißt der wirklich Henry Henry-Song? Ja, er heißt Henry Henry-Song. Der Notausgang war oben, Hanna. Oh mein Gott. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Hier liegt Ihr Zeug. Oh mein Gott. Hilfe. Ich wusste, dass hier das passiert. Oh, das ist Hero Brian. Wir sind gleich alle tot. Was denn? Ich sag, das ist entweder ne für eine Redzone-Fackel oder das ist Hero Brian. Ich hab ne Redzone-Fackel in der Hand, ja. Ja. Oh mein Gott. Hört die komische Geräusche? Nee, gar nicht. Gar nicht. Oh, danke Dennis. Hab ich nicht gesehen. Wie sie einfach für so'n Sweet-Summer-Tile durch die Tür gegangen ist. Ich pack die Kasse mal hier draus, ne? Und das ist so eng. Hast du Angst vor Hunden? Nee, überhaupt nicht. Kommst du da? Wir können doch was in die Tür stellen, oder nicht? Nee, das bringt nix. Die Ränder durch. Ich sag wie es ist, wer Eier hat, trink diesen Energy-Drink hier. Ja, ich hab Eier, komm. Gott, trink ihn. Nimm noch nen Sip. Werd ich zum Gremlin? Ach, vielleicht. Oh fuck, Herobrine ist hinter mir. Ja, ich darf mich nicht mehr umdrehen. Du bist belastet. Ja, wir können auch wieder losfliegen. Wir haben ja eh schon genug Geld, weil die beiden jetzt halt tot sind. Und wir gehen noch mal rein. Ich darf nicht mehr rein, weil Herobrine ist bei mir. Ich kann nicht mehr rein. Boah, dann kennst du das. Weil ich ihn gerade gesehen habe und er funktioniert wie das Geistermädchen. Und wenn ich mich umdrehe, bin ich tot. Ah, okay. Ist er wie das Geistermädchen oder ersetzt er es? Nein, er ist wie. Also es können beide gleichzeitig da sein. Soll ich starten, oder? Na, da Hannah und Seras jetzt tot sind. Ja, mach mal, damit die wieder mitspielen können. Okay. Ich hab Seras ja durch nen Energy-Drink gekillt. Ja, die ist so. Ja, das ist gut. Eigentlich sollte man durch nen Energy-Drink wach sein. Sie schläft jetzt. Ganz komisch. Da ist vielleicht schwarzer Tee drin. Toter als tot ist Hannah. Dagbad hat sich den kleinen Zeh gestoßen. Oh, das ist fies. Hallo. Hannah geht durch die Tür. Hallo. Hallo. Ich hab mich so erschrocken. Nice where. Oh fuck, jetzt haben wir die Katze natürlich nicht mit reingeholt, ne? Sehr gut. Das ist aber schuld, wenn du die immer vor der Tür lässt. Ja, Dennis hat die vor die Tür gestellt. Wollen wir nochmal landen, Dennis? Mann, haben wir jetzt Henry-Henryson zurückgelassen? Ja, Dennis hat Henry-Henryson rausgeworfen und dann wurde er vergessen. Ist die jetzt noch da, wenn wir da wieder landen, oder wie? Ne, die sitzt nicht mehr auf dem Schiff. Die ist jetzt im Weltall erstickt. Wow. Ich muss kurz nen Flaschenöffner holen. Sorry, ich bin gleich da. Jetzt fängt die wieder an zu saufen. Okay. Die SCP-Dinger hier kosten 700 einfach. Hier, Seras, dein Walkie-Talkie liegt jetzt hier auf dem Boden. Danke. Was haben wir gelernt, Kinder? Energydrinks sind ungesunde. Was haben wir gelernt? Keine Sachen von Nefi nehmen. Der Nefi, was Zucker anbietet, Ren. Spätestens als ich gesagt habe, nimm noch einen Sip, hättest du dir was trinken müssen. Ich habe dann aber gelesen, dass Kremlin da aufsteht und ich dachte vielleicht, wäre ich cool oder so. Das ist mal ne Frage. Also Clips und Flas und so weiter kenne ich ja, aber was ist Downtown? Das ist, was es ist. Das ist, glaube ich, so heißt die Map, glaube ich, das ist keine Condition. Ne, ne, die Map heißt E-Town, dahinter steht die Kammer Downtown. Ja, das steht immer da. Ah, okay. Ja, lass mal hier nochmal landen. Was für ein Wetter ist Downtown? Oh, oh. Haben wir noch ne Taschenlampe für mich? Ah, hier. Okay. Weil irgendjemand lädt's lange gerade. Oh, oh. Das hat mich schon gewundert. Let's go. Ah, jetzt hat es bei jedem geladen. Hey, not gonna lie, ich habe das Gefühl, ich habe slightly lags in dem Game gerade. Da hat Pfeilerrasten aus. Warum rappelt hier alles? Oh Gott. Weiß ich nicht. Wir landen noch. Vielleicht deswegen. Aber Hannah, es gibt noch mehr coole Katzen-Namen, keine Sorge. Wir landen nicht mehr, wir sind doch schon da. Hä? Jetzt nicht, ja. Vielleicht gibt es auch Henry-Henrysons-Bruder. Alter, ich finde das sehr schön, dass... Juro-Ohrensons ist wichtig. Hey, ja. Moment, laufen wir jetzt richtig? Nö. Was war das? Wieso macht ihr den Lichtschalter nicht an? Was für Lichtschalter? Was für Lichtschalter? Ja, das ist ein Geräusche. Ey, das ist füge-dummiert, oder? Das Einzige, was ich über diese Map weiß, dass sie einen Lichtschalter hat. Äh, da ist ein Viech. Wo? Ach du Scheiße. Ja, lass mal reingehen. Ja. Wieso können die... Oh Gott, gehören die zum Planeten? Ich habe keine Mod drin, dass die draußen spawnen können. What the fuck? Oh, ihr habt einen Besuch. Ich habe aber keine Mod drin, dass die draußen spawnen können. Der muss zum Mond gehören. Ja. Und dann? Ich geh wieder rein. Tschau. Oder, sagt die drin? Oh, voll hübsch hier. Guck mal, Evi. 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 Da drüber, als ob ihr sie öffnen wollen würdet. Feet. Oh, Feet. Oh. Ja, muss doch schon sein, dass wir da drüber gehen wollen. Ja, ich dachte, wenn ihr da drauf... Aber das ist ja... Das ist ja voll easy-game jetzt. Ja, aber das steht ja nicht immer da. Geht nicht weiter, wir brauchen einen Schlüssel. Ja, wir müssen auch helfen. Ja, wir müssen wieder... Hört die Schritte auch, oder? Bitte? Ihr hört die Schritte aber auch, ja? Ich dachte, das sind auch andere Schritte. Naja, das ist wahrscheinlich noch ein Coilhead, der hier hin will. Es kann sein, dass ein Coilhead hier rumrennt. Wieso ist das Licht wieder aus? Hey, hier ist doch gar kein Coilhead. Hä? Doch, hier draußen lief grad ein Coilhead rum. Ist nur noch nicht. Sagt ihr meintem vorher auch, dass das hier genauso dunkel war wie vorher, als wir den Schalter angemacht haben. Das Licht ist scheinbar nicht gesungen. Aber ich hab das Licht angemacht und für mich ist es jetzt dunkel. Ich find's extrem dunkel hier. Oh! Ich bin grad total hell. Ich seh's gerade. Ich seh's gerade bei euch im Stream, bei euch ist es dunkel, bei mir ist alles hell. Ehrlich? Ja. Hier ist der Main-Entrance. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang! Hier! Ach, denke ich alleine. Hier lang. Hier lang. Ich habe für designedesiénes gern ein cosplay-Durwerk keine kälte. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Mein Akku von der Lampe ist leer, ich werde wieder gehen. Kein Tod, was ein Insel abrollert. Schade. Ihr knistert. Hallo. Oho. 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 Hallo. Was ist Oho? Da kommen komische Schritte her, Sacki. Ach so. Ich habe eine Katze gehört. Ich hoffe, es ist Henry Henryson. Sacki? Oder Jürgen Hurenson. Sacki? Revolver. Ein Knarre. Schieß mal. Haha. Oho. Oho. Ich wollte dich doch so gerne schießen. Ich weiß, deswegen ist die Knarre drin. Wo ist die Katze über uns oder so? Kann sein, ja. Ich habe sie auch gehört. Aber Hannah, weißt du, was ich habe? Ein Gameboy. Warum hast du ein Gameboy? Der geht sogar. Ich knack den Highscore. Fuck, der Bracken ist hinter mir. Was ist das? Oh fuck, ich habe ein Monster gehört. Ich habe sie erwartet, Mr. Bond. Warte, ich zock gerade. Oh, wer ist das? Wie heißt sie? Zilla. Rap. Es ist Zilla. Ich sehe doch keinen Namen. Zilla. Zilla ist auch dabei, Chad. Ich höre Leute. Ich höre Leute, hat Sacki gerade gesagt. Ja? Ja. Das sind deine Steuerunterlagen. Oh, das ist der Rot. Da hinten ist Sacki. Hallo, Sacki. Ich habe Baby-Joder gefunden. Ich muss das zurückbringen. Was ist der Ausgang? Ich habe Baby-Joder gefunden. Da kann man nicht. Hier, bei mir. Bei mir ist der Ausgang. Hier. Ich sehe nichts. Das Stapel ist zu groß. Hier ist der Ausgang. Oh, Alter. Ich habe dich gerade für ein Coil-Lad gehalten, Nephi. Er legt deinem Viech auf den Kopf. Junge, Junge, Junge. Ich höre eine Mina. Entschuldigung. Oh, irgendjemand hat ein neues Monster geskillt. Rumba, Rumba. Oh, scheiße. Ein Bumba. Ja. Was ist ein Bumba? Das ist eine flahrende Miene. Die auf den Zug fährt und fliegt. Ach. Das ist wie so ein Staubsauger-Roboter. Da hinten ist der Coil-Lad übrigens. Ja, ich sehe nichts. Du musst uns leiten. Ist das da hinten? Geradeaus. Da drüben. Da drüben. Da drüben. Da drüben. Ich habe die benannt. Wo sehe ich, wie die heißt? Rechts klick, scannen, wenn sie auf dem Boden ist. Katze. Oh, das ist ja wirklich Silla. Natürlich. Süß. Wo sind die anderen? Die sind bestimmt am Rumba gestorben. Ah ne, da kommen sie. Die haben den Coil-Head gefunden. Hier lang. Hier hin. Hier hin. Hier lang. Andere Richtung. Andere Richtung. Rechts. Hinter euch. Ich glaube, Saki hat es gehört, aber sie nicht. Hier. Hier, schnell. 1100 Dollar ist es einfach. Schubst mich nicht. Ich kann mal auflassen. Ich komme hier immer so schlicht hoch. So anstrengend. Also hier drin lag das bei mir übrigens. Ja, weil wir zu viele Items haben, glaube ich. Ah, okay. Da müssen wir was verkaufen. Ja, ja. Vor allem Silla müssen wir verkaufen. Die hat ja nichts verloren. No. Wer nicht mitspielt, der hat ja nichts verloren. Saki und Hanna haben das Krasseste gerade verpasst. Wir stehen vor der Tür. Auf einmal sage ich, oh, jemand hat ein neues Monster gescannt. Ich drehe mich um und es fährt eine fahrende Mine auf uns zu. Ja, die habe ich gesehen. Die habe ich gesehen. Ich bin an der vor... Ich bin raus. Biest, Jerry. Ich habe mich vor der fahrenden Mine versteckt und dann auf den Tisch in Sicherheit gebracht und dann kam von hinten ein Keul, der hat dann gelaufen. Oh nein. Danger Level 30%. Wollen wir vielleicht die Tür zu machen, bevor wir abheben? Ja, das passiert automatisch gleich. Lass mal ein bisschen Zeug verkaufen gehen oder und ein bisschen lustige Ausrüstung holen und dann weitermachen, oder? Das klingt gut. Braucht doch noch ein paar. Bei Hanna, Hank known. Unknown? Bei mir steht Hanna oben. Ne, wollen wir nicht. Aber Hanna, du wirst dich freuen, dass du letzte Runde nicht paranoid warst, sondern ich. Und ich war davor die Runde paranoid. Echt? Ja, ich hatte nämlich den Geist hinter mir. Gut, in der ersten Runde war ich sehr schnell tot. Das war aber auch geil, wie du zum Feuerexit rennst und so, ja, raus. Und dann Hanna, der war oben. Oh Mann, ich habe mich geärgert. So, lass mal ein bisschen was verkaufen. Ich verkauf Zilla jetzt. Oh, können sie sich da nicht behalten? Aber die kaufen zu 70 Prozent jetzt gerade wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Zilla bringt mal Ärger. Oh, ihr seht aber nett aus jetzt. Hör mal. Das ist ein Casino, ihr könnt gambeln, aber vergambelt nicht unser Geld, bitte. Danke. Okay, ich werde gambeln. Ne, nur die Karte vergambeln. Tschüss. Wie Hanna da rein rennt. Du kannst jetzt die Pistole nehmen, Hanna. Die hat ja einen Wert. Und dann kannst du dich an die Slot-Machines stellen. Und den Wert der Pistole entweder auf Null spielen oder höher setzen. Boah, wenn du jetzt dreimal sieben gehabt hättest instant, ne? Oh, das Plus gemacht. Oh, rund halbiert. Kann ich, kann ich das Papier vergambeln? Ja, wenn es einen Wert hat, ja. Bestimmt, keine Ahnung. Coming soon. Und auf Null. Alles verloren, Hanna. Let's go. Ich geh Selle verkaufen. Mano! Da kann man nicht auch hier Dingens spielen? Äh, Roulette geht auch, ja. Ich hab gewonnen. Die Waffe jetzt nix mehr wert? Ja, ist Null wert. Kannst du wegschmeißen. Okay. Ich verkauf mal die, ich glaub, die Redstone-Fackeln legen. Ich glaub, die machen das. Oh Gott, wir haben Seras verloren. Scheiß Glücksspiel. Ich bin mit fucking 44 hier rein und du bist gefuttert. Ey, Hanna. Siehst du die Rückseite von dem Game Boy? Ja. Das ist eine Cartridge. Ah, das ist eine Cartridge. Hanna. Deine Mom-Ridge. Hanna, ich wette, ich gewinne gleich wieder das Giveaway bei dir. Ich habe gerade mein Gewinn in diesem Spiel von 44 auf 500 erhöht. Was? Ja. Warum verkaufst du die Schaufel? Achso, scheiße. Ja, die wollte ich nicht verkaufen. Ich meine, muss ich das jetzt noch verkaufen? Ja, ne? Ja. Musst du nicht. Du kannst es auch auf die hohe Kante legen und als Sparanlage zu... Oh Gott. Nee, ich habe es nicht verkauft. Ich habe es nicht verkauft. Aber jetzt gerade verkauft, der kauft nur zu 70%. Das heißt, das, was du da hast, 70% kriegst du nur. Ich würde auch sagen, das reicht, oder? Bahara wird sich freuen. Guck mal, Hanna. Ja. 176 Euro. Achso, Sila, mal rein. Oh. Also, ich habe kein Wettbewerbchen. Oh. Sila ist wertlos. Sila ist wertlos. Oh nein, Sila ist... Der ist emotionalen Wert. Sila ist wert. Sila ist emotionalen Wert. Hoffentlich sieht sie das nicht. Ah, da klippt das, klippt das. Sie ist ein hochgeschätztes Mitglied unserer Crew. Richtig. Wer hat Lust. Sie wird uns definitiv nicht an die nächsten Hunde verkaufen. Ja, genau das wird sie wahrscheinlich tun. Oh. Auch wenn ich schon wieder von irgendeiner Nummer aus bailing kann. Also, hier drin ist immer noch ein bisschen laggy bei mir, by the way. Ja, ich gucke gerade schon, was es sein könnte. Ähm, also es ist okay, aber es ist halt ein bisschen... Aber im Schiff allgemein ist eh laggy. Da ist Steve. Mach zu, mach die Schifte zu. Du hast Steve hier? Ja? Hast du... Hero Brian kann hier sein? Okay, das will. Okay, hat Nefi wieder was gespawnt? Nein, ich stehe hier. Wenn ich was spawnen würde, ist hier nichts. Nein, dann sieht nur sie. Dann sieht nur sie. Ja, ich fliege mal los, bevor sie... Wir können ihn auch sehen, aber nur in der Schiffskamera oben rechts. Aber nur, wenn du da stehst. Holy fucking shit. Alter. Junge. Kommt ja auf einmal her, der Minecraft Steve. Das Schöne ist, du hast Minecraft Steve gesehen. Der kann aber auch unsere Skins haben. Oh Gott. Oh, das ist alles... Ja, unsere Skins sehen dann aber aus wie so Minecraft-Männchen. Also das sind unsere Skins auf ein Minecraft-Männchen projiziert. Geil. So, gucken wir mal, wo wir hingehen. Oh! Eins, zwei, drei, vier. Vier Planeten sind eklipst. Let's go. Äh, Kohle? Wir haben 949. Du hast wunderschöne Schiene. Zähne, mein Schatz. Die passt auch optisch ganz gut zusammen eigentlich, finde ich. Also wir haben die Quote jetzt schon erfüllt, wir können nur ein bisschen rumblödeln gehen. Hm, soll ich dann einen Planeten kaufen? Ja, bei weiß ich doch gar nicht, wie ich aussehe. Mach das gerne. Sollen nicht alle sterben? Aber weiß ich, wie du aussiehst. Nur einer davon ist nicht eklipst und der kostet 180, also let's go. Nur Fotos. Nur Fotos. Welche Fotos? Gar keine Fotos. Nackte, was? Äh. So, brauchen wir irgendwie Schaufeln? Oder so? Man kann Katzenfutter kaufen. Warum? Ich kann Silla füttern. Ja, Fütter Silla, bitte. Catfood. Fütter als von ihnen gefüttert zu werden. Okay, ich order einmal Catfood. Erst wird sie verkauft und dann nicht mal gefüttert. Was machst du mit Silla? Äh, ich wollte sie aufs Katzenklo bringen. Wenn du Silla wegschmeißt, werde ich stinkt, Dauerserast. Dann kriegst du morgen keinen Code geschickt. Was? Schiebung. Schiebung. Jetzt setzt Silla hin. Dankeschön. Komm her. Komm her, meine kleine Süße. Ist gar kein Problem hier. Was ist ein Pinger? Oh mein Gott, wie das aussieht. Oh mein Gott. Ist das Pinger? Ey, Nephi, wie dukt man sich bei dem Gameboy? Gar nicht. Du musst immer springen. Hä? Aber, nee. Doch, du kannst über die fliegenden Dinger auch drüber springen. Oh nein. Aber ganz knapp. Ich finde es gut, dass meine Taschenlampe in meiner Brust steckt. Ich habe jetzt eine Spraycan, diesen Utility Belt und Katzenfutter bestellt. Bringt der Utility Belt? Weiß ich nicht. Wollen wir mal gucken. Sieht Gator so aus? Gator sieht auch nett aus. So, habt ihr fertig gespielt? Kann ich landen? Ja, lande. Ich habe ja gewartet, bis du landest. Willkommen auf Infernis. Ähm. Oh ja. Oh ja, moin. Nett. Und da hinten kommt der Shop. Ich gehe mal hin. Happy New Year. Warum ist da Weihnachtsmusik? Weil das auf Mod-Moden immer so ist. Ich habe Weihnachtsmusik. Ich habe jetzt sieben Slots. Wow. Hier, will den einer haben? Damit kannst du richtig viel Zeug tragen. Ja, nee. Ich sterbe so viel. Das ist zu viel Pressure. Anna. Main Entrance ist links. Die Musik hört gleich auf, by the way. Die nervt nur kurz. Mann, der Ruh. So laut im Vergleich zu euch, die Musik. Ja, die hört gleich auf. Was wird das? Das ist Richtung Schiff. Das ist ein schlechter Pfeil. Deine Mama ist schlecht. Das Schiff ist da lang. Also. Biffi. Das Schiff ist da lang. So. Niemals habe ich so schlecht. Oh nein, wir müssen instant springen. Hallo, 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 hallo. Ich lasse mal die Sachen hier liegen. Hallo. Hallo. Was ist das? Hier ist ganz viel Zeug. Ah. Hi. Oh, das ist groß. Ich will das nicht tragen. Also hier unten, wenn ihr da lang geht, die Treppe runter. Was ist das? Scheiß. Ja. Was ist das? Da hat das nicht viel angegeben. Ja. Moment. Oh, ich liebe es. Ja, das schaffe ich doch wieder nicht. Na doch. So laut hier. Überall wo Spraycan dran ist, ist es immer Richtung Ausgang. Wenn du besser Pfeile malen würdest, das wäre echt gut. In die richtige Pfeile. Pio, pio, pio. Ich will jetzt auch nur Dampfleck. Also ich muss irgendwo rumstellen. Irgendwie leckt bei mir immer noch ein bisschen was. Kannst du ja, dass du gleich in die Bude um die Ohren fliegst, so viel Dampfleck, wie ich schon zugedreht hab? Naja. Was? Achso. Mann, Hanna läuft doch immer rein in meine... Das ist gar nicht wahr. Das ist Fire Exit. Ich will da lieber nicht lang. Wo denn? Hinten. Ah, da. Hast du einen Schaufel dabei? Nö, brauche ich nicht. Scheiße. Da kam das Die erst, als man E gedrückt hat. Ich wunsche, Baited. Wo ist der Pack? Oh, das ist so viel besser, wie ich es jetzt eingestellt hab. Warte, ich kann die jetzt ärgern. Soll ich Hanna ärgern? Ich bin jetzt draußen safe. Fire Exit. Hallo Team. Ich bin verwirrt. Ist das einer von uns? Nee. Was bist du? Was zum Fick bist du? Ich glaub, das ist... Oh! Hallo? Fiet! Oh! So! Wie duckt man sich bei dem Gameboy? Oh! Hallo? Hallo? Niki, warst du dieses komische Vieh, was mir hinten hergelaufen ist? Was für ein Vieh? Ich hab Dennis zugeguckt. Oh! Mir ist so ein Vieh hinterhergelaufen mit einer komischen Maske. Ich weiß nicht, was es war. Hm. Maskierter? Ja. So mit orangenen Anzug? Ja, genau. Ja, die gibt's. Ja, die gibt's. Ja, das hab ich auch schon gesehen. Oh, Saki stirbt, Saki stirbt. Was? Äh... Alkohol Bullshit. Bist du mir nicht glaubt? Nee. Worum bist du eigentlich gestorben? Ey, keine Ahnung. Auf einmal ist so ein kleiner Glipschi auf mich rausgestiegen mit einem Auge. Ich weiß nicht, was es war. Und dann war er ein Riese. Oh, ist da so ein Süßling auf dich draufgesprungen? Ja. Hat er Yippie gemacht? Jui! Nee, er hat nicht Yippie gemacht. Aber er hat sich gefreut, dich zu sehen. Ja, das stimmt. Ja, und dann springt er auf dich und dann macht er Geräusche. Und wenn ein Hund in der Nähe ist, kannst du dich sonst noch so ducken, weil er lockt die Gegner. Ah, okay. Aber der Hund hat mich nicht gequält. Das war doch nicht der Riese. Ist ja gut. Ja gut, der Riese, der geht auf Sichtkontakt. Das heißt, der hat dich so oder so gesehen, nur das lag nicht an dem kleinen Vieh. Okay. Die einfach Herobrine angezeigt wird auf der Map. Mhm. Ich würde einfach sagen, ich rappe währenddessen mal kurz das Vorjahres. Hallo? Ah, okay. Hallo? So. Satoshi hat schon lange nicht mehr, weil sie seine Mutter telefoniert. Seras hat schon lange nicht mehr mit ihrer Mama telefoniert, stand da gerade. Ja, Satoshi auch nicht. Satoshi, bist du noch da? Ja. Wie? Ich habe nicht das Teamboot haben gewonnen? Ah, frech halt. Wie, Seras hat nicht. Schiebung. Satoshi, bist du noch da? Hallo? Hallo? Ich brauche einen Moment. Ich muss mal kurz in die Viewerliste gucken. Und gucken, ob Satoshi noch da ist. Er ist natürlich nicht da und du musst neu ziehen. Was ein Pech. Ja. Und das wird dann zufällig Seras. Rein zufällig. Ich geh mal ganz kurz in die Liste. Der ist gebannt. Der ist nicht mehr da. Ich habe irgendwie die Liste nicht rein. For some reason. Ich gucke kurz. Seras ist lieb. Dark. Meme Fighter, ne? Dark. Wie hieß er? Dank. 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 Go, Dennis. Dank. Es ist nix mit D. Mit Dank. Okay. Das war knapp. No Dank. Alles kalkuliert. Ich möchte Silla jetzt das Katzenfutter geben. Darf ich? Achso, hast du? Ja. Der Revolver schießt gar nicht. Nein, der schießt nicht. Ich bin damit rumgelaufen und dachte, ich bin sicher. Ich kann gerade nicht im Chat speak upen, weil ich gerade Gameboy spielen muss. Sorry. Hallo? Wie kann ich dir das geben? Weiß ich nicht. Friss das. Friss. Friss. Friss das. Silla, friss was jetzt? Silla friss. Moment, wer hat denn das Boosterpack gefunden? Hallo? Äh. Hallo, hallo, hallo? Wir haben zwei Boosterpacks hier. Das können wir öffnen, da kommen Karten raus. Facility, du hast gewonnen. Dennis hat gewonnen. Aber zu welchem Preis? Ich hab das Jump'n'Run nicht geschafft. Na, ich mein... Anscheinend das Steam-Guthaben, oder? Bei Hanna wirkt das immer gescammt, weil immer irgendwelche Leute, mit denen sie spielt, gewinnen. Ich spiele Spawn Lizard. Ich spiele Spawn Lizard. Ich spiele Spawn Lizard. Let's go. Hey. Ist Hanna wieder da? Man hört dich nicht, du bist gemutet, weil du mit deinem Chat redest, ne? Ja, richtig. Ja, mach das mal. Hallo? Hallo? Hör mal mich jetzt? Ja, Hanna hier. Es war gut, dass ich gerade eben den Modus umgestellt habe, gefragt habe, hallo, hört man mich? Und keiner geantwortet hat. Und deswegen habe ich den wieder auf den anderen Modus eingestellt. Mach Booster-Opening. Oh, weh. Ich sterb jetzt. Nein. Lethalmon! Komm und schnapp sie! Oh, was war das? Einen eyeless dog hast du gezogen. Der ist sogar holo. Ja, und das ist ne Yu-Gi-Oh-Karte. Das stinkt sauerhaft. Ja, das sind Yu-Gi-Oh-Karten. Aber die ist holo. Ja, von außen... Ja, ist mir egal. Von außen ist es Lethalmon. Das ist Scam. Das ist so, wie wenn du auf dem, keine Ahnung, auf dem Polenmarkt Karten gekauft hast. Alles fälschen. Ich hab auch noch ein Booster-Pack. Möchte jemand? Mach auf! Oh, die gleiche Karte. Oh, will jemand tauschen? Lame. Gegen was? Gegen dieselbe Karte tauschen? Ja. Ja, das macht Sinn. Oh, die kleinen Viechi! Silla schon was von ihrem Katzenfutter gegessen? Nein, hat sie nicht. Oh, Silla. Mach mir Sorgen um deine Ernährung. Ist doch was, Kind. Sind wir wieder auf demselben Planeten? Ja, klar. Der ist bezahlt. Da gehen wir öfter hin. Dann kommt mal mit. Ich zeig... Der ist hier. Der... Fire exit? Oh nein, die sterben doch jetzt. Tschüss Seras. War schön mit dir, Seras. War schön mit dir, Seras. Du bist so schnell. Ich bin eine alte Frau. Ich kann nicht so schnell. Da ist eine Spinne! Hier draußen läuft eine Spinne rum. Wo denn? Die ist da um die Ecke gelaufen. Im schlimmsten Fall... Warte, ich kauf dir eben eine. Ja, das ist lieb. Danke. Was brauchst du? Flashlight und Walkie? Ich weiß nicht, dass es so längig ist. Jetzt braucht beides. Ich weiß gar nicht, warum bin ich gestorben. Ja doch, ich war gestorben. Stimmt. Das ist geordert. Ey Leute, da hinten ist ein Fire exit. Hinterm Schiff direkt. Dann geh doch mal hin. Perfekt. Supi. Da ist die Spinne hingegangen, Dennis. Oh, da ist er. Hä? Gerade vorbeigeglitscht. Stimmt, da hinten ist eine Fire exit. Wie kommen wir denn da hin? Oh nein! Dennis hat ihn getötet. Da ist die Spinne hinter Dennis her. Tschüss Dennis! Okay, da gehen wir nicht hin. Der ist auch gestorben. Die Planeten sind echt laut. Ich bin rastend voll aus. Hallo. Hallo. Hä? Oh nein. Warum leuchtet was rot bei mir? Oh, ich höre eine Mine. Das ist ein Roomba, oder? Nee. Okay. Okay, der müsste echt sein. Oh, es leckt aber allgemein gerade hart auf dem Planeten. Ich hab nix. Nixipi, ich hab nix. Was? Nein! Oh, fuck. Der Bracken. Und... Oh, Gott! Ich bin raus hier, Freunde. Ich bin raus. Seeras ist schon gut durch. Knusprig, kann man schon was sagen. Oh. Hä? Ist das, weil ich Seeras Leiche gesehen hab? Aber... Hä? Oder ist jemand gestorben? Wieso ist die Schiffstür zu? Das heißt eigentlich nix Gutes. Hallo. Da lebt ja doch noch Rainer. Sind alle anderen tot? Ja. Ich glaube, ja. Ich bin raus, bevor der Bracken mich gekriegt hat, der Kopfwurm oder der Yippie. Und dann dachte ich mir, ich geh mal lieber. Sicher ist sicher. Ja, ich bin rein und hatte auf einmal instant drei Monster am Arsch. Das war wild. Nein, ich hab nur Seera oben lachen hören und dachte, oh, da ist einer gestorben. Gucke runter und sehe dann Hannah im Feuer liegen. Der Planet hat aber allgemein auch bei mir geleckt. Ich glaube, das liegt an den Dampfwolken. Kann sein. Mir nicht. Oh, manchmal. Oh, es geht noch. Na, lass mal gehen. Das Katzenfutter sieht halt aber echt nicht geil aus. Kein Wunder, dass sie da nicht essen will. Obwohl, in der Mitte... War das Feuer voll? In der Mitte fehlt was. Hat auf unerklärliche Weise sein Haltbarkeitsdatum überschritten. Ja, Hannah. Du bist alt. Dankeschön. Ja. Hallo. Hallo. Ich brauchte noch mal neues Walkie-Talkie. Ich hab sogar die teure Taschenlampe für dich gekauft, weißt du? Das ist nett. Dann kauf die bitte noch mal. Ich fand es unfassbar toll, wie ich ohne Ausdauer in das Ding gefallen bin und wie Hannah dasselbe auch getan hat. Ausdauer verbraucht und dann gesprungen. Wir haben nicht mehr viel Geld. Das ist nicht ne Taschenlampe. Ach. Aber die Katze hat was gefressen. Das ist nicht mehr viel drin. Wir haben noch mehr als mit Geld. Das ist mein Stapel. Das ist nicht ne Taschenlampe. Das hab ich nicht reingetragen, möchte ich kurz erwähnen. Ja, und ich hab ihn gambelt, dass da mehr drauf ist. Ist mir so scheißegal, Madame. Das ist mein, meine Wertanlage. Also. Meine Wertanlage. Oh mein Gott, ich hoffe zu zeigen, das sieht richtig gruselig aus. Also wir haben die Wahl zwischen zwei Taschenlampen und einen Walkie-Talkie. Nein, ich hab ne Taschenlampe. Ich hab ne neue Taschenlampe. Ich hab ne Taschenlampe. Ich hab ne Taschenlampe. Ich hab ne Taschenlampe. Und ne Walkie-Talkie. Okay, dann. Also Taschenlampe reicht mir schon nicht. Ich hab nur noch ein Walkie-Talkie. Und sagt, du brauch Taschenlampe. Wer braucht keine Taschenlampe? Möchten sie meine Wertpapiere kaufen? Wieso halte ich die mit meiner Gebärmutter? Ich weiß es auch nicht. Ich hab mich auch gerade gefragt. Du hast beeindruckt, du musst genau... Was tust du denn da? Holy shit. Das sieht aus in dem Skin. Sieht sehr verboten aus. Alter, richtig verboten. Ich will auch sehen wie das... Die Katze hat gefressen. Die Dose ist leer. Yes. Die hatte eben gerade ein bisschen gefressen. Ist sie jetzt eine Super-Cat? Oder was? Äh, der Shop ist schon da. Laufen wir was schneller als sonst? Oder will ich mir das ein? Ne, wenn du null Gewicht hast, läufst du schneller. Oh. Was ist Walkie-Talkie? Liegt da irgendwo? Nee. Ich hab einen Walkie, zwei Flashlights. Ich hab nur eine Walkie gebraucht. Ich hab nur eine Walkie gebraucht. Oder es kommt noch ein... Sag mal, bist du blind? Liegt es da? Ist sie tot? Nein. Okay. Hallo? Ich habe einen Stein gefunden. Ich habe einen Schädel gefunden. Ich nenne ihn Fred. Ich höre mich aber wirklich bei dir doppelt, Saki. Das kann nicht sein. Ich höre keinen doppelt. Jedes Mal, wenn ich neben Saki stehe, höre ich mich bei ihm. Das ist, weil du im gleichen Haus bist mit ihm. Ja, aber er ist im Keller. Irgendwas macht hier ganz komische Musik. Wo seid ihr? Ich bin doch hier. Bist du doof? Hier sind so viele Karten. Oh, die Crap. Was macht hier Musik? Das bin ich. Hallo? Ist das... Aus welcher Serie war das? Weiß ich nicht. Nein. Nein, das ist aus... Das ist aus irgendeinem Videospiel. Oh, nein. Was ist es? Komm mal mit, Nefi. Wieso tanzt Maxwell? Also lass deine Sachen hier vor mit. Ja, warte. Kann der aufhören, die Musik zu machen? Nee. Wie zum Henker macht die Katze diese Musik? Guck mal, hier ist Saki. Hier ist Nefi. Ah. Genau. Und da ist Saki. Saki kann sich auch selber nehmen. Wo ist Saki? Weil er ist ja was jetzt gerade. Und warum darf ich Saki nicht nehmen? Weil die eigentlich von der Katze von dir war. Das ist doch mein Saki. Diese scheiß Maxwell-Katze. Das ist ein Problem, wenn draußen Hunde sind. Das wisst ihr. Ach, die sind auch komischer? Kann sein. Guck mal, Nefi. Ich bring Nefi nach Hause. Gibt's noch ein paar Katzen? Hier, den Stein kannst du mitnehmen. Anna. Na, das ist ein schöner Stein. Kann diese scheiß Katze mal aufhören, Musik zu machen? Ich hab Jürgen Hurensson. Ah, hast du Jürgen Hurensson? Ja, ich hab Jürgen Hurensson. Ich hab ihn schon ins Schiff gelegt. Ey, wenn die gleich nicht aufhört, wenn wir abheben, ne? Ich schmeiß die aus dem Schiff. Jetzt müssen wir die anderen Katze auch noch vergambeln, dann haben wir ne Katzenfamilie. Ich will nicht Null wert sein. Ne, Jürgen Hurensson soll den kaufen werden. Kann diese scheiß Katze mal aufhören? Das ist Maxwell hier. Nefi. Nefi. Kannst du mit Kuh nicht die Musik ausmachen? Nein. Doch! Die hat ein Musikding... Ach, wie dumm. Oh, ich glaub Seras hat ein neues Monster gefunden. Gucken wir mal, was sie gefunden hat. Hallo? Hä? Oh, hab ich Seras gehört. Weil die Pipa hier sind. Hä, die haben wir doch alles schon gescannt. Aber... Pipa? Boombas, Pipas und Forest Giants wurden gescannt neu. Haben wir den Forest Giant vielleicht nie gescannt? Ich hab gerade legit Seras gesagt, das ist mir auch passiert. Ja, weil das war irgendein Monster. Guck, Seras ist tot, sie bewegt sich nicht mehr. Oh, die Riesen sind da. Ich dachte mir nämlich schon so, hä? Was ist hier auch passiert? Alle im Schiff? Steckt wie ein Dartfall in dir drin? Ich sehe ihn. Er schwebt in der Luft. Okay. Ab ihn. Welche Katze schnurrt da so? Alle. Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade sagen, alle. Nee, du hast in den kleinen Zeh gestoßen. Ja, das tat auch weh. Ich sag wie es ist. Kann jemand mal pusten? Hallo. Hallo. Ich habe... Ich weiß was Gutes gegen Kle... Nein! Ich habe die Spinne überlebt und bin dann in den Wald fliegen gelaufen. Miau. Miau. Ich überlege... Wo kommt die Musik... Ah! Lego-Insel! Ich weiß es wieder. Echt? Ja. Aber Teil 2, oder? Ja, irgendwie so. Auf dem Gameboard-Advance. Ich glaube, ich kenne nur das erste Lego-Ding. Lego-Insel 2 ist ein Banger. Das habe ich auf dem Gameboard-Advance gezockt. Wieso? So... So, dann mach ich das selbe. Mit ihr gambeln. Mit mir? Können wir mit Nephi gambeln gehen, ja? Können wir... Bevor wir gambeln und alles wertlos machen, können wir erstmal das nötige verkaufen? Ich gehe mit Jürgen Hurensson gambeln. Könnt ihr nicht alles sofort wertlos machen? Obwohl wir haben noch die Papiere, ne? Ja, okay. Weiß ich nicht, wo die sind. Das sind die hier. Ist die hier? Müssten die sein, hier. Oder? Warte. Ich glaube schon, ja. Ich kann sie nicht scannen. Nee, das ist die Mod. Die sind das. Ja, verkauf die mal. Nee, für je nach zwei Spins war es so wertlos. Das kenne ich. In meinem Leben ist das genauso. Ja, ich drehe mich morgens zweimal um. Bin wertlos. Wie viel müssen wir dann einlegen, weil das sind 1000 schon? 500. 500 nur. Ja, aber wir wollen ja auch Teleporter und Raketenwerfer kaufen und sowas. Ja, gut. Hast du da Gürkchen in der Hand? Ja. Gürkchen? Oh. Wer ist im Kassi nur unverzockt? Welche Künste ist welche? Du musst scannen. Ja, okay. Ja, aber ich kann hier drin nicht scannen. Das ist das Problem. Ich bin null wert. Ich muss nochmal gambeln gehen. Tut mir leid. Ich setze mich mal eben. Ich setze mich zu Silla. Aber mach keine Schweinereien. Sacki, möchtest du dich vergambeln oder möchtest du dich verkaufen? Geht immer wieder hoch und runter. Das ist mir egal. Ja, du hast dann... Ich bin willig und willig. Was hat er da rumlaufen? Was hat er dich erst hört? Ich bin ein Spin und es ist nichts mehr wert. Ne, ich hab Angst. Ach, der kommt schon. Okay. Ich glaube, wir haben genug Kohle. Der Red Folder ist null wert. Ich weiß auch nicht warum. Es muss ein Bug sein. Hm.